Eines ist sonnenklar, die Zukunft der Energieversorgung ist elektrisch. Damit das mehr an Strombedarf mit erneuerbaren Energiequellen abgedeckt wird, bietet die Salzburger ihren Kunden ebenso individuelle wie innovative Lösungen an. Egal welche Ansprüche sie haben. Der Hauptgedanke war einfach mit der Umweltgedanke, dass man was Gutes macht für die Umwelt und dass man CO2 sparen. Da ist natürlich bei uns der Stromverbrauch im Sommer, wenn die Sonnenschein-Dauer am längsten ist, auch am höchsten, weil es ja ein Freizeitsport ist und da die meiste Energie verwendet wird. Und das waren die Beweggründe, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt eine Fotoparteikanlage machen. Den PV-Check, der Voraussetzung für eine betriebliche Landesförderung ist, wurde von der Salzburger AG durchgeführt. Wir beziehen drei Produkte von der Salzburger AG, unter anderem Strom, das sind langjährige Zeit. Dann haben wir Gas und die Fotoparteikanlage sowie Kabelfernsehen. Und damit machen wir es aus einer Hand. Darum ist der Salzburger AG unser bester Partner. Beim PV-Check handelt es sich um eine Landesförderung. Um diese Förderung zu erhalten, benötigt man eine Beratung vom Umweltservice Salzburg, welche die Energieberater der Salzburger AG durchführen. Seit einem Jahr läuft die PV-Anlage in Eugendorf mittlerweile schon und erzeugt jährlich so viel Strom wie etwa drei Haushalte im Jahr verbrauchen. bis zum nächsten Mal. проект denn Bis zum nächsten Mal.